Ich frappst du? Nein, das wurde. Ich frapp's. Ich hab dem Ding da, das hab ich nicht drauf. Skill, modem tap. Nice skill, ne? Ja, skill, gell. Ich steh grad in so nem Gebäude, der auf einmal spürt. Und ich da... Wo? Bei mir. Wo ist die doch über Parkplatz, Mann? Ja, wo ist'n die? Ja, hinten bei Treppe. Ja, ich versteh nix, Mann, mein Scheiß... Ja, ich hab da reingeholt, chill doch. Ja, komm, da, da... Das scheiß mate Zeug, das geht weiter, das geht mir so oft die Eier. Ruhe jetzt. Ne, jetzt mal jetzt ein anderer. Ich schwöre, der macht wirklich vor dem Tipp, Alter, der messert mich an, Leute. Fliegen gleich alle tot um, erst jetzt komm. Ey, kannst du jetzt mal bitte aufhören, mal Tänker zu gehen? Ne, die messen die sowieso schon selber. Alter. Alter. Ja, ist klar, Mann. Ich hab die Treppe am Anfang. Da, Snowman! Ist klar, Alter. Ich hab die Treppe am Anfang. An der Treppe am Anfang. Der ist ja nicht. Ja, Nights-Leiter. Das hat noch einer. Ach, noch einer? Ja. Wo ist es, Sniper? Ich höre Sniper-Schüsse. Ja, hier, da, geradeaus. Ja, geradeaus, seiner. Ach, jetzt. Chanke, das ist nicht schon. Oh, Hart-Drey von den Herrn, die uns ja richtig. Der, der, der stand links neben mir. Alter, der gibt die, die wir all die Monet in Tapping machen. Der liegs neben mir auf einmal aus der Wand raus. ja alter ich werde gemessert man, einfach gewollt also entweder hat dein aimwin oder ähm modern tap ich weiß doch, der hack ist so richtig übel alter auf einmal gell, ich bin so gewollt, auf einmal pump auf einmal war ich weg oh du scheiß, doch hier ist so Prodact 13, nice off ist das gar keiner oder wie ja hier haben wir geholt, Prodact 13 geholt boah ey, wie schule kotze, kleiner Hurensohn man Camper oben hey Kevin wo genau, wo genau ja, wenn du reingehst also, der war nicht sehr viel nice mach, aah mach Hörpi bravo team wins bravo team wins ok, der Morningtapping-Hurensohn, ey modern tap, Scheiß, Alter das ist doch ein Start ihr müsst es euch mal so geben hallo, die machen schon modern tap und dann verkackt die auch noch auf einmal ach so, hier ist frei ok, zwei sind oben zwei gesehen links Office scheint frei zu sein von dem aus, rechts ist er bloß im Tank, also einer in dem Ding oben Camperraum ja Mama hört wie sorry, 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 sorry ok, wir sind gleich fertig gib mir unsere Base, wir sind echt kürz ok tut mir echt leid ja ja alle im Eck jetzt alle im Eck alle im Eck kannst du nicht einfach so holen, ey ja, Tür an linke Seite ja, Tür an linke Seite ja, Tür an linke Seite Product, wieso gehst du nicht in A jetzt ja, passt schon, solche Pfff Product, geh doch in A schon äh, geht nicht äh, geht nicht ey, der ist fast nicht verreckt, ey ich schwöre geh raus Elite ja, guck's dir an ja, guck's dir an das ist echt so scheiße, ich fähre ich mit, ey hast du's gesehen? übel ja, man, ab normal, ey ohne Mist, mich regt sowas so übel auf ey, Jonathan ey, Jonathan Jonathan klick's mir nachher das Video tue ich's mit Camtasia Studio auf HD rendern und dann lade ich's hoch warum pfff links ist einer, links ist einer der der hat ein Torred ok die sind jetzt beide nach rechts gelaufen also der eine ist von links nach rechts gelaufen oh links, 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 links linke Seite ey, von wo, man? frappst du, frappst du ey, von wo? der macht wieder, der macht wieder lauf, 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 lauf du musst laufen, du musst laufen pfff wo macht der das, man? ich würde pfff dein eigener Kollege sind, äh das Kollege sind schon guck's dir an, man guck's dir an guck's dir an ich sag mal, dass sie ihn kicken soll, man das ist doch scheiße so BTF, Walter ey, sie ringen so auf, ne? pfff ich sag mal, dass sie ihn kicken soll, das ist doch scheiße, mit so heißen die ringen so auf, alter, im, die den haben und auf den Boden zu finden, alter doch die größten Bastard, ich schwör's euch doch mach's dir nicht vor ich stell's mal in dieser Mage, auf dem ist mir schon zu klar geliefert, der keinen Band haben will sind die oben? von wo? von wo, man? ich bekommst schon wieder schaden ufff der hat schon wieder weg alter, ey einer von uns stirbt nicht wieder, da macht sich wieder Mode in den Treppen ja ey ey